und ich wollte nur schnell gesagt haben dass ich in zwei wochen also am 9 mai ist es dann glaube ich in die kurze fahre und nicht nur die qualität und ja die letzten beiden videos ist er kommt am montag nächste woche und das andere mittwoch mittwoch beide um 11 uhr damit ich überhaupt noch einen kontakt liefern kann die kurd dauert ungefähr zwei wochen oder drei wochen auf jeden fall so lange wie die fehlen landen sind und ich darf euch denn noch mal bescheitern ja ich hoffe ihr vermisst mich in der zeit nicht so doll und lasst gerne ein like und ein abo da und vorschau euer gameplayer 100 ach so und da ich mir nicht so viel stress machen will werde ich das video jetzt auch nicht geschnitten also ja nicht geschnitten hochladen und ja und übrigens wegen der stunde ich bin auch ein bisschen erkältet deswegen in die kur halt keine sorge kein corona habe mich testen lassen ein schnelltest zweimal und ja wir sehen uns denn in ein paar wochen wieder und ja übrigens die aufnahmen die am montag und mittwoch rauskommen habe ich schon im voraus ausgenommen also nicht wundern warum ich da nicht so heißer klinge tschau tschau tschau